Na? Und tschüss! Hm, ich meine dachte sich auch was materiell... ...matter... ...was hingebeamt. Okay, dass da oben ist... Nichts, ne? So, dann sind wir hier wieder. Und hier geht's... ...nur geradeaus. Genau, nur geradeaus. Aber hoffentlich kommen jetzt hier nicht wieder die... ...die verdammten... ...Piraten. Oh! Wie geil! Geschützt! Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö. Ich zerbomb hier alles. Ja, bringt mir aber nix. Oder doch, warte mal. Naja, bringt mir nix. Schade. Coole Sache. Alles einsamme hier. Weil es natürlich blöd, dass ich den jetzt hier aufgeladen habe. Warte mal, kann ich hier... Ach, Kacke. So ein Mist. Komm ich auch wieder hoch. Das ist sehr gut. Ist da irgendwas drin? Ah, Misshals. Sehr schön. Wieder volle Energie. Sehr schön. Jetzt sind wir hier. Und hier muss ich jetzt... Moment. Rechts abbiegen. In 50 Metern recht abbiegen. Oh, nee, ey. Na, komm her. Moment, war das jetzt... Da die Tür muss das gewesen sein, ja. Oh, ich habe ja wieder... Das ist ja cool. Fast keinen Treffer abbekommen. Ah, Kacke. Ja, ich habe sie vergessen. Ich habe sie vergessen. Wie jedes Mal. So ein Mist. So, dann sind wir hier jetzt. Möchte mich nicht... Oder würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt hier... Aiai, jai. Noch einen Bosskampf haben. Warte mal. Muss ich jetzt etwa hier hin? Ja, wahrscheinlich. Ich brauche halt alle drei Schlüssel. Na, dann schauen wir mal, was es da in der riesengroßen Halle so gibt. Diese ist aber sehr groß. Sandschlucht. Ui, 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 ui. Oh Gott. Wenn ich da runterfalle, bin ich tot, wa? Ey, jetzt vorsichtig, mein Freund. Wow. Okay. Das ist alles, okay. Ich hab gedacht, das wäre jetzt hier ein riesen Bosskampf oder so, aber okay. Außerhalb, wieso das denn? Was ist denn das? Und wie komm ich da hin? Hm, na egal. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Schlüssel. Nein! Um Gottes Willen. Da muss ich mich auch noch dran gewinnen, den Beam hier immer zu wechseln. Schachtsystem A. Gelb. Gelb hab ich auch noch nicht. Okay, dann hier. Vorsichtig. Och, was süß. So, das ist wahrscheinlich dann das Ding zur Förder, äh, zur, zur, zur gelben Tür. Öh, die leben ja weiter. Ja. Wenn der Türpanson ergibt, dass es den meisten Waffen ums und umschrengt, empfiehlt sich der Einsatz einer Powerbombe. Okay, gelb, also Powerbombe. Aber das Lustige ist, wir haben sie gescannt. Wir wissen jetzt, dass gelb Powerbombe ist. Und trotzdem haben wir hier noch Fragezeichen. Schade, schade. Dann wieder zurück. Ist das geskriptet? Würde mich nicht wundern. So, dann sind wir jetzt da, wo wir hinwollen. Ja, sind wir. Guten Tag. Ach, den hab ich ja schon. Ja, ja, okay, den hab ich ja schon. Wo hast du denn, äh, hallo? Wo, äh? Wo hast du denn deinen Schlüssel? Willst du mich jetzt verarschen? W-w-w-w-w-w-w-w-w-wette ist das denn? Ist das nur der Kerl? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich bin hier unterge... Ah! Nein! Wieder den ganzen scheiß Weg zurück. Aber wieso? Ich hab gedacht, der hat einen Schlüssel. Ich mein, man hätte... Oh! Ich hab gedacht, der hätte da jetzt einen Schlüssel bei sich. Wieso ist die da andersfarbig als die anderen? Ach! Verdammt der Scheiße! Wieder den ganzen Weg zurück. Hätte ich doch mal die andere Tür genommen. Ah! Es ist zum Mäuse melken. Es ist echt zum Mäuse melken. Ja. Ihr könnt da mir mal einen Buckel runterrutschen. Hallo, ich hab doch hier schon draufgefeuert. Vielleicht wieder keine Energie hier. Na ja. Moment, da hinten war da auch noch was, oder? Wo wir grad beim Thema Energie sind. Ja. So viel dazu. Was ist das da? Nein, warte mal. Ne. Ist noch zu weit. Nein, wieder nichts drin. Oh, ja. Drei, drei. Ich bleib hier einfach stehen. Naja. Geh dich ruhig selbst. Äh. Ja, jetzt wieder hier rechts abbiegen und dann da rein. Und dann sind wir hier und dann sind wir am Schweichepunkt. Und dann gibt es wieder einen extra langen Teil. Na, da, 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 da. Hallo. Kommt mal her. Killt euch alle selber. Finde ich okay. Wollen wir mal gucken. Ja, Aufnahme ist noch einwandfrei. Öh. So, andere Seite. Gut. Ähm, aber Moment. Das heißt, dass der Typ da keinen Schlüssel hat. Das heißt, dass ich vielleicht doch... Komm, ich bin jetzt hier einmal... Jetzt will ich es wissen. Ich gehe jetzt einfach noch mal zu dem Typ. Wir haben ja damals ja hier, ne? Und dann einfach mal gucken, was er macht. Oder ob er mir was Neues sagt. Weil er hat ja gesagt, ich soll ja zurückkommen. Andere Seite, Samus. So, öh. Das ist doch... Doch, das ist richtig. So, hepp. Achso, scannen. Holoprojektor einsatzbereit. Automatische Wiedergabe eingeleitet. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die mächtige Rüstung, die in die einst unsere größte Vorkämpferin gehüllt, befindet sich nun in den Klauen der Ink. Sie trotzt der sengenden Luft des Äthers der Finsternis. Finde sie auf und sie soll dein sein. Oh, eine neue Waffe. Danke für diese hilfreiche Information. Mwah. Also muss ich doch da runterführen. Gut, 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 gut. Aber ich weiß definitiv, dass der Teil mir hier gesagt hat, wenn du alle drei Schlüssel hast, komm zurück. Und ich glaube, mir fehlt jetzt noch der dritte. Irgendwie habe ich das wohl nicht mitgekriegt. Und ich bin halt manchmal ein bisschen neben mir. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich einfach im Moment viel zu wenig schlafen bekomme. Ja, klar. Da habe ich mich überrollt. So, jetzt das Schwarze ist da drüben. so, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. Wo sind wir? Minenschachtsystem. Lila? Aber Lila habe ich doch auch schon wieder nicht. Wenn ich jetzt hier runterfalle, ne? Und da falle ich doch runter. Das sehe ich doch. Ein Energietank. Energietank. Ich will den Energietank. Das sieht so aus, als wenn das hier ein bisschen pute ist. Aber. Kommt da unten? Komm ich da unten rein? Nein, komm ich nicht. Ach man, ich will den Energietank. Nein, da ist es hier. Komm ich auch nicht rein. Ich läuft ja jetzt hier einmal im Kreis, verdammt. Ja, toll. Und wie soll ich da hinkommen? Mann, wieso folgen die mir hier? Komm mal weg hier. Ja, toll. Lila. Auch wieder nicht. Und was ist Lila? Habe ich noch nie gescannt. Wenn der zu dritte Tür über die Tür ergibt, dass die fünf Energieknoten in unmittelbarer Nähe gespeist werden, um die Panzerung zu entfernen, müssen diese Einheiten gleichzeitig zerstört werden. Also, Superbombe hier, oder? Ist doch dasselbe wie in 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 nach M, glaube ich. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Vielleicht mit der Ballbombe? Warte mal. Aha! Ja, warte mal. Nein. Verdammt. Nein. Kack, Mann. Da oben will ich hin. Geht's auch nicht hin. Aber da oben vielleicht, oder? Auch nicht. Was ist das denn? Na, ah. Warte mal. Da. Dann hier hoch. Und dann hier oben. Ah, okay. Und jetzt? Komme ich dem... Ja, nein. Okay. Das Ganze nochmal. Das ist ein Ansporn, Freunde. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für ein Ansporn ist. Moment. Wo? Hier. Hepp. Nein, das war zu spät. Wenn wir den genauen Punkt hier finden. Dumm, dumm, dumm. So, und dann vier. Ups, nix. Warte mal. Kommt der Stein wieder? Nein. Mann. Ein extra langer Teil. Freunde, ich hab's euch versprochen. Ich werde den wieder splitten. Aber das muss doch da lang gehen. Also dann direkt springen. Nein. Och, ich hab doch nach oben... Fick, du Scheiße. Der Björn hat mich auch aufgeklärt. Hier gibt es, ähm... Wenn man auf den Planeten kommt, gibt es einen Sprung... Ja, den Sprung nicht. Gibt es einen Sprung, den man... wohl... so ein... halt Glitch nur schafft. Finde ich sehr gemein von den Entwicklern, dass man hier, äh... Nu, jetzt spring doch! Also es ist wirklich absichtlich schwer gemacht, glaube ich. Und da sagte er mir auch, es ist wirklich ein Glitch und es ist 101%, die es hier in dem Spiel zu finden gibt. Und nur wenn man diesen Glitch am Anfang direkt absolviert, bekommt man diese 101%. Finde ich persönlich echt assi. Na... Ist das überhaupt der richtige Weg? Samos, bitte. Bitte! Wenn man hier mal ein bisschen rauszoomen könnte. Aber da oben... komme ich raus. und dann... da hin. Wie soll das gehen? Das Problem ist, man kann sich da in dem Moment ja auch nicht wirklich umgucken. So. Nein, zoome mal raus. So, ich komme von da rechts. Ich muss doch nach oben! Hm, okay. Versuch mal's... Nein! Seht ihr, was ich meine? Wenn sie einmal den falschen... Move hat, dann ist alles vorbei. Nein, da gibt's auch nichts. Aha! Aha! So also, jawohl! Energietank! Mein vierter! Sehr schön. Und jetzt... kann ich hier... wieder raus. Hier raus. Hier raus. Aber halt, Moment! Wo muss ich... genau, die lila Tür, die... Ja, war ja wieder. Toll! Wo kann ich jetzt hier am sinnvollsten hin zum Speichern? Hier vielleicht hin? Dann komme ich nämlich von da aus nämlich hier hin. Dann gehen wir jetzt hier zu diesem Speicherpunkt. Zu diesem da. Heißt, ich muss hier wieder raus. Und dann, wenn ich rauskomme, rechts. Und dann wieder rechts. Also zweimal rechts abbiegen. Das sollte zu schaffen sein. So, und dann, Freunde, war es das auch für heute. Dann muss ich mich mal ein bisschen um mein Essen kümmern. Dann, äh, ja. Muss ich mich auch schon wieder fertig machen zur Nachtschicht. Und, äh, dann... Schauen wir mal. Dann geht's morgen wahrscheinlich auch schon direkt weiter. Oder dann auch vielleicht erst mal mit Sherlock Holmes. Da... Oh, oh, ich hab sie vergessen. Ich hab sie vergessen. Ich hab sie vergessen! Ach, es ist so furchtbar. Jedes Mal vergisst man sie. Jedes Mal. Und die sind auch so nervig. Hallo? Äh... Samus, würdest du sie als Ziel nehmen, bitte? Also, manchmal macht die Frau echt komische Sachen. Äh, rechts, ne? Ja. Dann bin ich echt mal gespannt, wie ein Flitzebogen. Wie viel Prozent ich dann habe? Wahrscheinlich erst 13 oder so. Das ist echt der Wahnsinn. So, und jetzt hier links abbiegen. Da. Ja, unser Lieblingsspeicherhaut wieder. Haha, da sind wir wieder. So, Freunde. Dann war es das mit diesem extra überlangen Megateil. Och. Und ich finde, wir sind einigermaßen gut vorangekommen. Wäre gern noch ein bisschen in die unerforschen Region vorgedrungen. Aber nun gut. So, jetzt ist sie wieder aufgeplustert. Jetzt können wir Schluss machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Tag wieder. Bis dahin, NRW bei 18er Tür.